KONAMI TEAM Das ist Japan, das ist einfach nur Japan Florenzi Die Polizei ist auch schon vor Ort Boah, Alter, was ist das denn für eine Kanzel Daniel Sprecher hat eben verkündet Ja, so stellen sich die Japaner halt Italiener vor 1 zu 0 für den Gegner Das ist schon mal ne Nummer hier Vor allem eine Nummer Frühstor Oh eigentlich 2 2 zu fallen Alter, da wollte die Flanken gegen nicht Okay, Curry, da musst du jetzt hinten besonders aufpassen Die haben dort Die geben Gas ja mal, die geben Gas Den laufenden Schrank Was soll ich denn, was macht der Curry denn da jetzt? Die Konami zocken auch immer Tekken bestimmt Naja Alles, das ganze Programm Okay man Können wir noch drehen Ich bin locker natürlich in der siebten Minute jetzt gleich Ist Konami aus Japan bei uns? Mhm Nicht Korea? Nein Kommst du da auf? Oh Megaballverlust Konzu Okay Wie ist der, wir dürfen nicht verlieren ne? Mit dem Fingerspitze Aber nicht unentschieden spielen Danke, dass du den Druck erhörst Danke, dass du den Druck erhörst Und gerade sind wir auch nicht äh Schön Alter, was ist los, Mann? Heno, jetzt mach mal ein chillen hier Komm Geil, ey Oh Major wieder umgenockt Noch mal ein chillen hier, weißt du Ja, aufs Spiel konzentrieren und nicht Schön Mach mal Kommen wir uns Was ist los? Ja, wir müssen Ja, wenn wir gegen Jagdband spielen, müssen wir uns auch ein bisschen Ja, da muss ich jetzt Das nennt man assimilieren Habt ihr noch Ja genau, habt ihr noch Ja, da ist doch grad Sushi nebenbei Im Kimono In so einem Töpfel sitzt der Lendo gerade Und hat so das Gesicht wie so eine Geisha Weiß angemalt, weiß Bei der Nase haben sie übrigens die Farbe Hatten sie nicht genug Haben sie einfach rot genommen Dann ist die japanische Falle Sehr schön Sehr schön Nochmal Weg damit Lendo, komm Ja, ich drück Aber Japaner macht kaputt Ich hör grad davor, wie die so sitzen In so einem In so einem Internetcafé Mit so einer Halle Ja genau, die sitzen in so einer Arena Das wird grad live übertragen, Alter Jetzt komm E-Sports Nochmal Ich hab gedrückt, Mann Nochmal Nein Da steht der Holzkopf genau in dem Moment auf, ey Ganz ehrlich Das ist Guten Appetit Oh Drei 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 Der Bronze ist der einzige von uns Der in Japan und China am meisten empfangen wird bei seinem Aussehen Letztend hat einer bei mir in den Kommentaren geschrieben Ob der Bronze Chinese wär der so komische Augen hat. Vor allem kennen die ja keine roten Haare, die rasten voll aus. Und dann noch Schlitzaugen, die feiern. Bei uns ist voller Gnom da sowas. Ihr redet grad so, als wären Japaner irgendwie Außerirdischer. Ah! Ohne Witze. Kennen keine roten Haare. Ja, die kennen das schon, aber die finden das voll geil. Die haben noch nie Wasser gesehen. Ja! Wenn du mit dem Hubschrauber drüber fliegst, packen die alle die Fallen im Bogen aus, weißt du? Ja, die werden mit ihren Essstäbchen. Voll racist, ey. Die Japaner haben echt ne sehr gute Ernährung, ne? Würde ich mir auch ganz gerne mal aneignen, sowas, ey. Bonzo ist wieder mittendrin. Schatten dabei. Ich wundere, dass die teilweise... Normaler Pass bitte, wenn ich noch nicht so weit vorne bin. Danke dir. 25. Minute. 1 zu 0 für den Gegner. Ich möchte das nochmal hier zusammenfassen. Alter. Die Welt. Oh, Curry nimmt ihn da, haut ihn da um. Oh Gott! Sumo-Ringer Curry. Oh du Scheiß. Deswegen lieb ich diese gegnerischen Angriffe, weißt du? Dann ist es so voll dabei, so... Ja, wat denn ey, wenn ihr da über Scheiße redet, dann muss ja einer hier über... Ey, du hast doch selbst mitgesprochen, Alter. Also nicht Scheiße, Japaner sind nicht Scheiße, sondern über Off-Topic. Aber wenn der das macht, das ist Hammer. Ist schön. Ey Leute, können wir jetzt ein bisschen Fußball spielen? Ja, ich soll grad sagen ey, das ist Topic. Warum in die Mitte, wenn ich vorne frei stehe? Das gibt's doch nicht, Mann. Weil ich dachte der Bronzer, das Renotzer rauskommt durch. Da legt der sich wieder das Lachs auf der Sushi-Tablette. Dann bleib ich jetzt einfach nur hier stehen, weil Curry wieder den besser besser macht. Nein, ich sag ja nur, du rennst von links nach rechts. Ne, hallo! Aufstieg schonmal abhaken. Das wird nix. Boah, das war so knapp. Oh! Aufstieg wird überhaupt nichts. Wird überhaupt nix. Nix, nur nix. Du hast doch noch Superlative am Start ey. Am nichtsesten. Und K.O. Schlag. Boah, da kratzt der Bronzer den raus ey. Ne, weißt du, wir haben jetzt gleich die erste Hälfte gespielt, haben keine Pässe über zwei Stationen gebracht, haben keine einzige Torchance, liegen eins zurück zurück und labern immer noch über Japaner und Sushi. Okay, jetzt komm, jetzt Konzentration Jungs. Jetzt ist vorbei, jetzt können wir auch über Türken reden. Oh, Alter! Was hat Japaner zu tun? Ja, auch ne Kultur. Auch ne Kultur. Heut ist Tag der Kulturen. Geht der fast rein ey. Ne, 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 Leute, die haben's nicht mit uns vielleicht. Guck mal links oben Curry. Sorry. Ja, der kommt aber, der kommt links oben. Ja, ja. Ja, ich sag mal eigentlich, Konami ist ganz gut dabei ey. Ja, Bronze ist da frei, jetzt kommt er wieder auf sich zu. Hä? Der macht einfach gar nix. Bronze, du musst schon drücken, wenn du Kopfball machst, ne? Ja, den hab ich nicht. Ich stand einfach nur da. Gut, dass du es zugibst. Oh, da kommt der Bronze. Mit seinem Bronzepömpelkörper. Ja, da kommt die Bauer. Ja, da kommt die Bauer. Oh, da ist Japan wieder. Oh, da ist Japan wieder. Weck damit! Weck damit! Wir sollten mal Godzilla suchen ey. Fuck. Mach mal. Ey! Was war dat denn, Mann? Ey, wir kriegen den Ball einfach nicht. Ja, hallo. Wir rennen den Ball hinterher. Was ist denn hier los? Ja, wir kriegen den Ball, aber geben den wieder direkt her. Ball besitzt gleich 95%. Das ist lange Leitung gegen Japan. Ja gut, jetzt kommt Liga 3 Qualität halt, ne? Ja, ne. Wir haben gerade keine Konzentration. Ja, ne heißt tschüss. Auf Japanisch. Schön. Schön. Jetzt komm. Komm! Nein! Der kratzt den da aus der Reisschale. Sag hasse, hasse, hasse. Bronze nochmal. Gönn dir! Und der Flank rein. Genau, Bronze genau. Und Meiji! Curry! Chill, chill, chill. Hä? Jetzt gönn dir. Ja, wohin Leute? Schieß doch einfach mal. Auf dich selber. Auf die Silber. Nee, nee, nee. Curry, da mach irgendwelche Tricks so, damit du gleich eine Elbe rausholst. Wir segeln da alle rein wie die Ninjas, aber... Oh, da ist frei da oben. Lass ihn abseits laufen. Haste Curry, kommt. Boah, das ist Körpereinsatz von Eldoro. Eldoro. Das ist die texanische Version von Curry. Lenno, wir wechseln die Position. Du spielst hinter Bronze, ich spiel rechts außen, okay? Ja. Jetzt oder was? Guck mal, Dennis und Lenno, ihr steht beide hier. Hast du schon? Ja, das. Was? Was sagt ihr da? Achso, ich dachte für das nächste Spiel. Nee, nee, jetzt. Wir haben nicht mal die erste Halbzeit zu Ende gespielt. Ja, dann stell das doch jetzt um in der Aufstellung. Oder was meinst du? Aber ihr könnt das auch so machen. Ja, ja, können wir auch so machen. Ja, dann positionieren wir uns auf einmal ab. Bäh, falsch. Ja, ja, der Curry macht das jetzt. Ist gemacht. Das ist unser Mann. Curry, unser Mann. Okay. Major Guardiola, du bist der Trainer. Jetzt machen wir eine Ansprache hier in der Kabine. Ja, wir steigen auf, wenn wir uns konzentrieren. Okay, die Ansprache war auf jeden Fall ein Zeichen. Die Ansprache, wir steigen auf. Konzentration jetzt für Leute. Torschuss 780 und wird 0. Ja, aber ganz ehrlich, die Gegner sind gar nicht so gut. Ja, aber besser als wir anscheinend. Ja, eben. Das ist das Problem. Aber nicht, weil sie wirklich besser sind, sondern weil wir... Weil sie uns kopieren. Erste Hälfte verkackt haben. Also solche Kombinationen sind, die machen die jetzt auch nicht. Die spielen halt safe, weißt du? Ja, das ist der Kopier Ninja. Kakashi hier. Nein! Ach man, ey, ich hab's noch gesehen. Das war echt scheiße von mir jetzt gerade. Incomplete. Ja, mach doch einen Jump, ey. Abseits. Okay, Mann, 51. Minute. Also jetzt muss es langsam losgehen. Jetzt muss es langsam prickeln. In die Bauchnabel. Jetzt, komm, lass es mal richtig prickeln. Major, komm. Prickel! Prickelnadel! Oh! Ja, geht doch! Geht doch! Sauber. Okay, und direkt das nächste da nach reinhauen. Dann haben wir Ruhe. Sauber, Lenonator! Ohh, endlich mal. Wann mal war wichtig, ey. Und kommt er aus dem Nix. Laut Nase hat's geschafft. Ja, mit der Nase. Ein Tor gemacht. Okay, jetzt aufpassen, dass wir nicht direkt das 2-1 kassieren. Erstmal ein bisschen ruhig bleiben jetzt. Major! Wo ist der Major? Der Major ist auf K. Konzentration, Major. Runter, runter, Leno. Was macht der Major denn da oben? Was passiert? Hat es nicht geklingelt? Habt ihr was gehört? Der ist er doch wieder. Wer hat ja bei so einem Spiel stehen, ey. Kann man mal machen. Okay. Na, doch. Jetzt rein. Sehr schön, komm Major. Ja! Sechste Minute! Double, 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 Double! Hadezinka! Double, Double, Double auf Japanisch, bitte. Konnichiwa, Hadezinka! Keine Ahnung. Ah, Bronze, ich hab kein Torjubel gehört. Nice Major, ey. Der Major ist wieder voll am Stisseln! Jetzt ist einer von uns. Und Curry. Och Siri, du Memme. Okay, jetzt noch ein Tor. Schlag mich doch! Das wäre perfekt. Schlag mich doch! Ein Tor noch, Leute. Dann wären wir safe. Erstmal. Hui! Der ist weg! Danke! Da muss was drin sein, Leute. Komm, ein Tor! Da muss was drin sein und genau am Tor. Oh, nein! Ohhh ... Oh, nein! Show, 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 Show. Pass der denn hin, Alter, oder? Kurz gedrückt. 001 Eine Fehlpassquote von 700 Cent. Schön. Ernsthaft. Ernsthaft. Wie weißt du das ist hier? Runterm. Genau. Sehr schön. Komm mit. Oh, nochmal. Runter, 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 runter. So was können wir uns eigentlich hier nicht erlauben jetzt, weil wir müssten echt noch ein Tor machen. Wenn wir das jetzt hier verlieren, dann war es das mit dem Aufstieg. Schön, Curry. Schön abgefahren wie so ein X-Wing-Mann. Curry-Wing. Runter, geh in die Mitte. Ja, ich habe gerade einen Denkfehler gemacht. Ich dachte gerade, ich wäre gelb. Schön, Major. Ui, Major. Kade. Lenno. Komm, ich habe doch gepasst. Schade. Schade, schade, schade. Zurück, Jungs. Zurück, zurück, zurück. Da hat noch das Tackling gezählt, ey. Shit. Oh, der brotzt ja auch. Der ist alle weg, ey. Oben ist Major frei. Oh, scheiße. Sorry. Entschuldigung, Wiedermann. Doch nicht. Oh nein. Yes. Oh, Curry, ey. Du Kind einer Wundertüte. Schön. Ich bring ihm plus zwei. Gesundheit. Danke. 76. Minute, Mann. Was ein Krimi hier. Absolut. Er kämpft sich da durch. Weil nur am Start. Genau. Und die Chance. Aber leider. Oh, bitte kriegt er den nicht, wenn er den kriegt. Oh, schön. Komm. Super. Nicht damit. Oh. Alter. Nochmal. Hab ich. Also macht es nicht so schnell. Komm. Lenno. Ja, ja. 3-1. Hattrick von Leonardo da Vinci. Alter, war das wichtig, ey. 81. Minute. Spiel gedreht. 3-1 für die Muffins. Mit dem Ergebnis wären die Muffins weiter im Rennen. Um Liga 2. Alter Schwede. Was ist hier los in dem Stadion? Die Fans rasten aus. Ich spiel mit. Nee, Bronzö, der steht hier. Kannst du, lass den Desktop grad in Ruhe. Was für Strecken? Was hast du gesagt? Ja. Hier. Lauf, Dennis. Lauf, Frau. Ich komm mit. Ist das nett oder was? Alter, wie der nicht feststellt. Boah. Schade. B1. Boah, schön. 85. Minute. 3-1 für die Muffins. Wir müssten das jetzt hier über die Zeit bringen. Eine Wurstle, wie sie im Bilderbuch steht. Boah. Uh, 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 uh. Sehr schön. Was ist das? Boah. Ich dachte, ey. Ich dachte drauf, du. Oh, Zeitspiel von Curry. Nee, aufbauen, neu. Boah. So weit. 90. Minute. Komm, schön. Es ist wieder Zeit, Zeit, Zeit. Leute, ich stehe da zum Dreh. Sieht nur so geil aus, ey. Ja, aber das Radar erst, Enkür, wieder. Ich meine, die Dreierspitze da vorne. Oh, was ein Rausspielungsakt. Was ist das, ey? 5 Minuten Nachspielzeit gibt es hier bei den Muffins im Backofen. Ja, das ist unser Sieg. Das war's. Cool. Böne. Yes. Again. Hey, bei mir ist das das Loading-Zeichen schon unten. Ja, bei mir auch. Die geben auf jetzt. Da nicht. Und nochmal eine Chance hier. Jetzt zwei Tore. Spiel läuft noch. Spiel läuft noch. Ich seh's noch kommen. Oh, nein. Ich seh's kommen, ey. Na ja. Macht sich in der Karte. Weißt du, was das Zeichen da unten war? Denn ist ein Ladevorgang. Nee. Script wurde gerade aktiviert. Script heruntergeladen. Jetzt spielen nach hinten Curry. Zeit runter, Mann. Hab den Ball doch gar nicht. Warte, so lange bis 3-3 stehen. Ey, guck mal, ey. Diese fünf Minuten. Jawohl. Script aktiviert. Jawohl. Somit sind die Muffins weiter im Rennen um Liga 2, Alter. Boah, noch zwei Spiele müssen wir gewinnen. Und dann sind wir eigentlich dabei. Können dann aufsteigen. Aber wir dürfen keine Unentschieden. Wir dürfen kein Spiel verlieren. Dann war's das. Und dann müssen wir's in der nächsten Saison versuchen. Drei Tore von Leno, Hedrick von Leno. Leonardo da Vinci hat wundervolle Vorlagen von Mahiga und Elke Wurzto bekommen. Exzellente Leistung heute. Mafuyu und Bronzo heute nicht so stark. Mal gucken, wie's beim nächsten Spiel wird. Bronzo sich am strecken. Kann nicht jeder die Tore schießen. Hauptsache erstmal den Abstieg verhindert. Genau. Bis zur nächsten Ibi-Ibi-Ibi-Ibi-Ibi-Sode. Ciao. Mit V. Hehehe.